Die Frage ist, wie knackst du die Nuss? Also wie kann es passieren, dass zum Beispiel ein Kunde von uns, dass der bei jedem, bei jedem Verkauf mindestens einen neuen Auftrag holt? Und das ist natürlich schon smart. Heute nächste Podcast Folge 102. Heute ist mein Sparingspartner der Wendelin. Hallo zusammen. Und der Wendelin, der wird mir heute Fragen stellen. Wir machen das mal unter dem Motto nachgefragt und zwar Makler spezifische Fragen. Richtig. Und ja, ich werde sozusagen Rede und Antwort stehen und Wendelin, let's go. Genau. Ich habe mal für heute was Kleines vorbereitet und zwar geht es um das Thema oder die drei großen Bereiche Akquise, Einkauf und Verkauf, die ja so ein Makler hat. Und was da in den Bereichen halt häufig falsch gemacht wird, wissen vielleicht andere gar nicht. Manche merken es gar nicht oder machen die Fehler jeden Tag. Du erlebst ja auch in deinem Coaching jeden Tag, ob jetzt Anfänger oder auch Leute, die zum Unternehmer werden wollen. Die Fehler schleichen sich ja ein und die macht man so. Also was sind denn gerade jetzt in der Akquise, in der Objekt-Aquise, wenn ich sage, okay, ich will jetzt geile Objekte bekommen. So die häufigsten, ja, sagen wir mal drei Fehler, die du beobachtest bei den Maklern da draußen, auch bei Leuten, die bei dir ins Coaching kommen. Das ist eine sehr gute Frage. Also das erste wichtige Thema ist, was ich immer wieder feststelle, ist, dass mir, oder nicht mir, sondern das überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also eine klare Entscheidung, welche Objekte will ich überhaupt haben? Also damit beginnt, das ist so wirklich so eine ganz ursächliche Frage. Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, muss ich mich nicht wundern, wenn ich was ganz anderes bekomme. Und Entscheidungen oder auch Ziele sind wie Leuchttürme, sie dienen der Orientierung. Und wenn ich eben genau weiß, was ich will, dann weiß ich aber auch automatisch, was ich nicht will. Beispiel aus dem Call, da fragt mich ein Makler, hey, ich habe hier einen Rohbau, wie verkaufe ich denn einen Rohbau? Da stellt sich mir automatisch die Frage, hast du da überhaupt Bock drauf? Willst du überhaupt einen Rohbau verkaufen? Oder so eine Immobilie, die voll Schrott ist? Also das ist einfach mal eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Was will ich überhaupt? Würdest du dann auch sagen, bei was will ich überhaupt? Vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage, okay, soll ich mich dann von Anfang an sagen, okay, nur Wohnimmobilien, nur Gewerbe? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil es bringt ja nichts. Schau, wir laufen eigentlich direkt in das nächste Problem schon rein. Nämlich das Problem ist eben, mache die Dinge, die du wirklich kannst. Und das ist die wichtige Grundsatzentscheidung. Das heißt, ich sorge erstmal dafür, dass ich in einer Sache kompetent bin. Zum Beispiel Wohnimmobilien, Eigentumswohnungen und Wohnhäuser, also Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Und bis ich da ein echter Experte bin, sehr kompetent bin, das dauert auch eine Zeit lang. Und glaubt mir eins, dass viele, weil da gibt es so viele Facetten, die Baujahre, die unterschiedlichen Baujahre, die unterschiedlichen Bauarten, ob das Reihenhäuser, ob das Mittelhäuser, ob das freistehende Häuser sind, mit Einliegerwohnung, ohne Einliegerwohnung, zwei, Dreifamilienhäuser. Da gibt es schon so viele Facetten und so viele Abweichungen von der Norm. Da muss ich schon echt fit sein. Und jetzt kommt auf einmal so jemand und sagt, ach, ich habe da auch eine Gewerbeimmobilie. Kannst du die nicht auch machen? So, jetzt habe ich zu wenig Aufträge und Shiny Object und dann springe ich auf so ein Ding auf. Ich habe aber eigentlich gar keine Ahnung und gar kein Expertenwissen, um dieses Ding wirklich zu handhaben. Oder da kommt jemand mit, ich habe da auch ein Hotel. Kannst du das für mich machen? Ja, wunderbar. Ah, das ist ja so ein Prestigeobjekt. Mensch, da kann ich doch auch mal mich dran versuchen. Aber Versuch und Irrtum liegen eben sehr nah beieinander. Schön gesagt, ja. So, und dann fange ich da an, irgendwas zu machen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Und das ist im Prinzip genau das gleiche Thema, wenn ich sage, ich möchte gerne Basketballprofi werden, aber gleichzeitig auch Fußballprofi. Verstehst du, das ist schon absurd. Weil es könnte ja jemand auf die Idee kommen, wenn du das jetzt sagst, dass er dann sagt, ja, aber Learning by Doing, ich muss das ja irgendwann mal probieren und mich an den Objekten probieren. Was sagst du, wenn jemand dann zu dir kommt und dann sowas sagt? Genau, also ich muss mich an den Projekten probieren, ist letztendlich, man könnte ja sagen, probieren geht über Studieren auf der einen Seite. Aber wir reden doch von Kompetenz. Und Kompetenz hat nichts mit probieren zu tun. Natürlich muss ich üben, aber ich muss ja auch die übergeordneten Regeln, Gesetze kennen von etwas. Das heißt, ich muss ja wirklich in der Lage sein. Und das ist der Punkt, wenn du in einer Sache, und das ist wirklich eine sehr gute Frage, wenn du in einer Sache sehr kompetent bist, wie zum Beispiel Wohnimmobilien, und du hast da 100 Immobilien verkauft, und du hast dich innerhalb dieser 100 Immobilien konstant weiterentwickelt, und zwar so, dass du sagen kannst, du beherrschst das, dann erst bist du in der Lage, die Dinge wirklich zu durchdringen. Du hast eine Reihe von Fehlern gemacht, du hast eine Reihe von Fehlern ausgemerzt, optimiert, verbessert, und jetzt, wenn du dann irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich auf dem Weg auch meine Firma aufgebaut, ich habe ein paar Mitarbeiter, und dann kannst du irgendwann sagen, im Rahmen deiner geschäftlichen Entwicklung, ich sage es mal Transformation, was ja nichts anderes als Entwicklung ist, kannst du sagen, okay, und jetzt fange ich an, mir zum Beispiel eine Abteilung aufzubauen, die sich mit dem Thema Gewerbeimmobilien beschäftigt. Und da suche ich mir aber wieder vielleicht erst mal einen Bereich raus, zum Beispiel Büros, wo ich mich da erst mal fitte. Und dann stelle ich zum Beispiel jemanden ein, den ich dann, wenn ich selber verstanden habe, wie es funktioniert, darauf ausbilde. Okay, also du sagst, aber der Punkt ist, du musst lernen, eine Sache zu beherrschen. Und nicht, weil ich, schau mal, wenn du eine Sache nicht beherrschst, und du sagst, ich fange dann drei Sachen, dann wird es ja nicht besser. Wenn du schon eine Sache nicht kannst, dann wird es ja mit drei Sachen nicht besser. Wie denn auch, dein Fokus ist ja bei ... Macht das total keinen Sinn. So, und das ist der Punkt. Eine Sache können, und dann fällt dir nachher eine zweite und dritte Sache viel, viel leichter, die zu erlernen. Das ist eigentlich das Ding. Also, wichtig, triff eine klare Entscheidung und werde in der einen Sache erst mal richtig gut. Gerade im Thema Akquise, weil das hole ich mir ja dann rein, sagst du, okay, eine Entscheidung treffen, ganz klare Entscheidung, auf diese Sache gehe ich und werde erst mal richtig gut. Ich lerne die Grundlagen, ich bilde mich aus, ich wachse, und dann kommt irgendwann die Zeit, dass ich sagen kann, okay, ich mache noch eine zweite Abteilung auf Division, wie auch immer. Genau. Und jetzt könnte ja direkt die Folgefrage kommen, ist, ja, was mache ich denn dann, wenn ich jetzt trotzdem ein Objekt angeboten bekomme? Und dann machst du es wie ein Kunde von mir, der Tim aus Leipzig, der hat sich jetzt einen Gewerbemakler bei sich mit reingeholt, als Kooperationspartner. Ich wollte gerade sagen, also dann geht man auf Partnersuche, erweitert sein Netzwerk da. So, aber der ist nur für Gewerbe. Jetzt findet ein cooler Austausch statt. Richtig. Es findet ein sehr cooler Austausch statt, das heißt, der hilft ihm jetzt bei Gewerbeobjekten, aber umgekehrt hilft er ihm auch bei Wohnimmobilien, weil der sich auch committed hat auf einen bestimmten Bereich. Der muss ja nicht bei dir im Büro sitzen, der kann ja auch woanders sitzen, aber der macht diesen einen Bereich genauso kompetent, genauso professionell, wie du ihn machst. Und dann entwickelst du wieder coole Synergien. Das machst du ja im Rahmen von Multiplikatoren, damit sind wir eigentlich schon direkt beim nächsten wichtigen Thema, dass viele Makler das Thema Akquise schon an sich nicht verstehen. Werbung, was ist der Unterschied zwischen Werbung und Marketing? So tief wollen wir jetzt gar nicht einsteigen, aber im Endeffekt geht es ja erstmal darum, die eigene Dienstleistung zu verbreiten, sichtbar zu werden, zu verbreiten. So, und jetzt fange ich doch erstmal an und Leute stürzen sich auch da auf einen Bereich, wie zum Beispiel Flyer zum Beispiel. Und dann klappt das nicht und dann geben sie schon auf. Und dann sagen sie, das ist ja kacke. Ja, funktioniert alles nicht. Funktioniert alles nicht. So, warum? Weil das eigentliche Problem sind nicht die Flyer. oder Print- oder Online-Marketing oder was auch immer du dir da gerade in deine Rühmereien hämmern willst oder versuchst, mit deinem Problem zu lösen, ist, dass sie das Grundproblem hinter dem Problem, das Eigentliche, nicht verstanden haben. Und das ist, um es mal vereinfacht jetzt zu sagen, wie läuft denn so ein Zyklus von Bekanntmachen, also etwas bekannt zu machen, wie läuft das denn überhaupt ab? Wenn wir uns jetzt mal so einen Kinofilm angucken zum Beispiel, so einen Blockbuster, wie machen die das denn? So ist natürlich klar, wenn jetzt, sagen wir mal, was weiß ich, Leonardo DiCaprio mit einem neuen Film kommt, dann hat der natürlich eine andere Ausgangsposition, weil es ist ein bekannter Schauspieler, der ist über die letzten Jahrzehnte bekannt für coole Filme. Das ist natürlich klar, dass der schon letztendlich ein ganz anderes Standing hat, wenn die einen Film macht, als wenn jetzt da so ein Newcomer-Schauspieler kommt, der erst mal ein, zwei, drei gute Filme machen muss. Nur die Kino-Filmemacher oder Blockbuster-Filmemacher, die gehen ja immer nach dem gleichen System vor. Das heißt, sie fangen an, vorne hast du ein, ich nenne es mal Pre-Launch. Das heißt, du hast eine Phase, wo du einfach anfängst, so ein Ding anzuteasern. Hey, da kommt was. Meistens ist das sogar erst mal so erste Pressemeldungen. Ja, klar. Nur da ist jetzt Teil 1, ist ja Teil 2 gekommen und der ist richtig abgegangen, wie eine Rakete. So, und jetzt werden ja die Verträge gemacht und dann kommt Teil 3. Langsam baut sich da so eine Freude auf. Genau, jetzt gibt es schon erste Pressemeldungen. Erste Pressemeldungen, ja, Teil 3 wird kommen. Es ist safe. Teil 3 kommt. So, und jetzt geht es im Prinzip schon los. Richtig. Also das heißt, jetzt kommt natürlich, Film ist ein bisschen leichter, vielleicht denkt man, aber so einfach ist das auch nicht. Jetzt geht schon diese Viralität los. So, wie kann man das jetzt auf Makler übersetzen? So, der Makler würde jetzt zum Beispiel anfangen, zum Beispiel zu sagen, so, ich will ein Büro eröffnen. Also ich will mich bekannter machen. So, jetzt fängt er an, erst mal so ganz leicht zu streuen. So, da kommt was. Da mache ich was. Wie kannst du das denn tun? Indem du zum Beispiel erst mal deine ganzen Bekannten informierst. So, oder dein Netzwerk, deine ganzen Tippgeber. So, du fängst einfach an zu streuen. Du fängst an, bekannt zu machen. Das ist das Ding. Und die Tippgeber-Multiplikatoren, die habe ich ja gar nicht, wenn ich im Vorfeld alles selber machen will. Genau, das ist der Punkt. So, also Pre-Launch. So, und dann kommt so eine Launch-Phase. Noch geiler kann man es eigentlich an einem Verkaufsobjekt festmachen. Sodass man das auch in so drei Schritten macht. Also wirklich halt eben diese Vorphase, dann kommt der eigentliche Pre-Launch, so Ankündigung. Dann kommt der wirkliche Launch, wo es dann richtig abgeht. Wo es richtig losgeht. Und das ist etwas, was im Marketing halt, beziehungsweise in dem Fall jetzt in der Werbung, einfach falsch gemacht wird. Und immer die Leute auf eine einzige Sache setzen. Auf eine einzige Sache. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wirklich jetzt sagen, in der Akquise, wenn du dich nur auf die eine Sache verlässt, ja zum Beispiel nur Flyer, dann bist du quasi verlassen. Zum Endeffekt. Absolut. Weil schauen wir uns doch mal den Flyer an. Der Flyer hat ja zwei Dinge. Einmal ist es eine Brand-Activity. Also du machst was für deine Brand. Andererseits, wenn natürlich jetzt jemand sich das anschaut und es passt, dann ist es auch eine Werbung. Also das heißt, du zahlst ja immer auch auf die Marke ein. Nicht nur auf das eine, sondern auf das andere. So, und jetzt ist ja der Punkt, wenn dich ja kein Schwein kennt, wenn dich jetzt kein, wie soll denn jetzt das erste Ding, was du machst, ein Erfolg werden? Viele werden sich ja fragen, ja, wer ist denn das überhaupt? Richtig. Was will der von mir? Guck ich mal. Ach, ist ja ganz sympathisch. Also das ist ja bei den Leuten, geht ja da in der Birne ab. Und die Leute, also sprich die Makler, haben diese Customer Journey, also das, was so bei so einem Kunden stattfindet, einem Verkäufer, das sind ja Cycles, die dauern ja bis zu zwei Jahre. Ja, wenn jemand. Ein, zwei Jahre, von der Überlegung, reif zu werden, also von, sagen wir mal, Freeze, so richtig gefroren, über kalt, über lauwarm, über warm und dann kommt irgendwann die Hottie-Phase, wie der richtig heiß wird. So, und in der Phase, da muss ich ja da sein. Da muss ich da sein. Ich muss nicht, und den muss ich begleiten. Ja, und da hat man vielleicht, ich wollte gerade sagen, da hat man vielleicht die zwei Jahre davor den begleitet, eben mit den Flyern, eben mit dem Marketing, das man sonst so macht. Genau, und ein guter Makler, der sammelt eigentlich die Aufträge an, wo alle anderen schon lange aufgegeben haben. Das ist eigentlich das Ding. Der, 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 der sammelt die Dinge ein, wo alle anderen schon aufgegeben haben, wenn der, wenn der diesen, diesen Cycle wirklich sauber durchzieht. Genau, weil das könnte man jetzt nochmal falsch verstehen und sagen, ja, ich nehme dann die harten Objekte oder ich gehe dann an die Objekte, die hart sind, sondern du meinst, wo die anderen schon aufgegeben haben in der Akquise oder in der Bekanntmachung. Absolut, genau. So, und machen wir es nochmal an dem Flyer. Also das heißt, also du musst eine bestimmte Zeit dranbleiben und du brauchst drei verschiedene Dinge. Du brauchst drei verschiedene Dinge. Drei, ich wiederhole, drei, mindestens drei Ölquellen oder, oder drei Aktivitäten, die du kontinuierlich durchführst. So, weil, weil das ist ja Sichtbarkeit. Man könnte, also wir sagen auch Touchpoint dazu. ein Touchpoint eins, nehmen wir jetzt mal den Flyer und man kann auch hier den Leuten den Zahn ziehen. Flyer funktionieren herausragend, wenn man es durchzieht und dauerhaft einhält. Und nicht nach einem Monat einstampft. Genau. Also das ist ein Granatending. Warum? Weil es ein Standortmarketing ist. Am Standort des Maklers. Dann kommt das zweite, das zweite Thema, sagen wir mal, du hast einfach wirklich eine, eine Schar an guten Multiplikatoren. Ein Nachlassverwalter. Du hast einen Scheidungsanwalt. So, aber wenn ich die Frage stelle, wie, also hast du Multiplikatoren, die die Objekte liefern? Ja, ich habe da. So, und das ist eigentlich eine super erfolgreiche Aktion, weil man jemanden hat, der das regelmäßig liefert. Richtig. Und da frage ich, wie viele hast du denn davon? Ja, zwei. Ich sage, warum hast du denn aufgehört damit? Ja, weiß ich auch nicht. Warum hast du denn nicht zehn davon? Oder 15? Das ist das Ding. Das ist die Frage. Genauso wie bei Tippgebern. Warum spreche ich nicht jeden Interessenten an? Ja, aber da ja viele Makler schon die Interessenten im Vorfeld ausfiltern beim Verkauf, also rausfiltern, indem sie Gesichtskontrolle machen und gucken, hat der seine Finanzierung schon stehen? Und so weiter. Genau, das ist beim Fehler am Verkauf. Kommen wir gleich dazu. Das ist halt schon auch komplett Banane. Aber das heißt, da findet auch kein Umdenken oder kein Bis-zu-Ende-Denken statt. Das ist einfach nicht bis zu Ende gedacht. Also, Akquise haben wir, du brauchst drei Touchpoints, die musst du kontinuierlich durchziehen, konstant, und da sind wir automatisch beim Thema Geld. Weil es kostet ja Geld. Und da ja viele ein Button auf Geld haben, also ein Ping auf Geld haben, und es kostet so eine Aktion, sagen wir mal 10.000 oder 5.000 oder 8.000 Euro. Jetzt machst du das dreimal und das funktioniert nicht. Ja, dann sagst du, mache ich nicht weiter. Ja. So. Und jetzt musst du ja erstmal für eine Sache sorgen, und das ist eigentlich das Problem hinter dem Problem, du musst für genügend Ressourcen sorgen, nämlich Geld. Du musst dafür sorgen, dass du genug Money hast, um die Dinger durchzuziehen. Ja, Heinz, aber wie sorge ich denn jetzt für genügend Money? Genau. Da fange ich also erstmal an, die Basics zu machen. Ich bin wieder beim Thema Multiplikatoren. Ja, warum hast du denn nicht 10 Multiplikatoren, die dir regelmäßig Objekte liefern? Wenn ich 10 gute Multiplikatoren habe, 10, wer das sein kann, wie man das angeht und so weiter, das lernt man bei uns im Coaching. Deshalb, ich zeige den Leuten das ganz genau, eins zu eins, Schritt für Schritt. Und wenn ich das will, pitche ich jeden Multiplikator. Jeden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich drehe es sogar um, ich suche ihn mir aus. Weil wenn ich merke, das ist halt eine Pfeife oder der ist halt lahm, dann brauche ich den nicht zu überreden, mich zu empfehlen als Multiplikator. Übrigens hier der kleine Unterschied, Multiplikator ist eine Geschäftsperson, die eine Zielgruppe hat und ein Tippgeber ist eine Privatperson, die einfach hier und da mal was hört und so weiter. Das ist ein Tippgeber. Jetzt könnt ihr ja sagen, der Multiplikator ist ja auch ein Tippgeber, richtig, aber der eine hat eine Zielgruppe, deshalb Multiplikator und der andere ist ein Tippgeber, der gibt Tipps, was er irgendwie, also wir wollen vom Wording auch ein richtiges. Der ist nicht wirklich planbar, so wie ein Multiplikator. Genau. Deshalb brauchst du davon 100, 200, 300. Ja. Wie so eine Armee. Am Ende des Tages. So, und das ist Fleißarbeit. Das ist einfach Fleißarbeit. Das ist nichts für Leute, die faul sind. Das ist auch nichts für, die nur schnell, schnell Ergebnisse haben wollen. Aber es ist genau das Richtige für die, die nachhaltig und langfristig erfolgreich sein wollen. Und für die, die Bock drauf haben, weil man muss da auch natürlich mit Menschen reden. Man muss auch ein Freund von Menschen sein und nicht sich jeden Tag unter der Decke verkriechen wollen. Absolut. Das ist absolut ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen auch hier vielleicht noch ein letzter wichtiger Tipp. Such dir auch keine Leute, die dich empfehlen, nur, also Multiplikatoren oder Tippgeber, die Geld haben wollen. Aber wie mache ich das denn? Also warum? Genau. Indem du Menschen findest, die dich als Typ gut finden und die verstanden haben, dass du eine Leistung bringst, eine Dienstleistung bringst, die halt eben wirklich empfehlenswert ist. Weil wenn sie dich empfehlen und du einen guten Job machst, färbt das positiv auf sie ab. Das ist halt der Austausch, der da stattfindet. Absolut. Erstmal ist das der Austausch. Sie sollen ja was dafür kriegen. Das ist ja damit gar nicht gemeint. Nur ich möchte keine Leute haben, die mich empfehlen wegen Geld. Weil das ist der falsche Antrieb. Richtig. Das ist der absolut falsche Antrieb, weil dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann fängst du mit 10% an und dann irgendwann will er 50% von dir haben. Wenn es nur über den Preis geht, das ist ja das Gleiche wie mit der Provision, warum man da auch immer wieder diskutiert. Genau, dann hast du auf einmal irgendwelche Affen am Start und du willst doch am Ende des Tages, dass er stolz ist, mich dir zu empfehlen, weil er sich sagt, pass mal auf, der Wendelin ist mein Best Buddy, ist mein Kumpel und ich möchte dem echt eine gute Empfehlung aussprechen. Wie das tolle Hotel oder der gute Zahnarzt oder der tolle Steuerberater oder der tolle Rechtsanwalt und so weiter. Und das ist eigentlich, was ja auch das Standing von mir als Makler und als Experte wieder deutlich anhebt. und das ist auch unheimlich leicht zu kommunizieren. Wenn du sagst, du Wendelin, pass mal auf, ich habe gesehen, du willst dein Haus verkaufen. Willst du so einen Deppenmakler haben oder willst du einen echten Experten, auf den du dich wirklich verlassen kannst und wo ich dir mit gutem Gewissen und reinem Herzen sagen kann, von dem wirst du begeistert sein. Wen hättest du gerne? Jeder entscheidet sich natürlich für Person 2 und wenn so über einen geredet wird, muss man ja auch einfach ein guter Typ sein. Dann sagt der Wendelin vielleicht, ja, was kennst du denn überhaupt so einen Typen? Gibt es den überhaupt? Ja, so ungefähr. Und das ist genau das, um was es geht. Okay, also um es zusammenfassend zu sagen, ich muss mich für eine klare Richtung entscheiden in der Akquise und muss natürlich auch sagen, ey, ich habe nicht nur ein Standbein, wo ich mich jetzt irgendwie auf Objekte verlasse und da kommt mal was rein, sondern wirklich auf funktionierende mindestens drei. Genau. Und vielleicht noch eine Sache ist, sich wirklich mit dem Thema Werbung, Marketing, Verbreitung, Sichtbarkeit zu beschäftigen und zu lernen, wie das wirklich funktioniert und nicht, was auch ja viele falsch machen und in die Falle laufen ist, sie denken, sie haben zu wenig Objekte, das ist ihr Problem und dann suchen sie nach einer schnellen Lösung. Ist ja auch klar, ich will auch noch nicht mal sagen, dass das jetzt unverständlich ist. Im ersten Moment sogar logisch, aber dann suchen sie sich einen Lead-Verkäufer oder einen Online-Marketer, dann haben sie aber da keine Ahnung von, das heißt, sie lassen sich irgendein Blödsinn erzählen von irgendwem, der keine Ahnung hat oder so tut, als wenn er eine Ahnung hätte, aber das so an der Oberfläche ist und dann haben sie einen Online-Marketer, ihnen viel Geld abknöpft, vielleicht zwei, drei Monate mal ein paar Leads liefert und dann kommt nichts mehr. Oder sie haben sich eine Lead-Firma geholt, wo sie 20, 30, 40 Prozent Provision, das mag ja vielleicht, um mal auf Flughöhe zu kommen, auch eine Idee sein und da will ich mich auch gar nicht brutal vor verschließen. Der Punkt ist nur, wenn du dich auf eine Quelle verlässt und wenn du keine Ahnung hast, wenn du das Geschäft, das Business-Modell an sich nicht verstehst und da sage ich, hey, fang doch mal an, zum Versteher zu werden und dann bist du auch kein Papagei mehr, alles nur nachzuplappern, was du auf irgendeinem Kack-Seminar hörst oder dir da erzählt wird, sondern du fängst an oder fängst an, so langsam auch in die Lage zu kommen, die Dinge zu verstehen und dir darüber wirklich eine vernünftige Einschätzung vorzunehmen und dann auch wieder richtig von falsch unterscheiden zu können. Genau, weil wir reden ja jetzt schon länger über das Thema Akquise und das hat auch einen Grund. Also wir haben ja Akquise, Einkauf und Verkauf. Warum hast du jetzt auch mit dem Thema Akquise, warum hast du da so lange drüber gesprochen? Das hat ja einen Grund, warum das so wichtig ist in der ganzen Prozesskette, oder? Absolut, weil das ist das Ding, was rundlaufen muss, genau natürlich wie die anderen beiden Bereiche auch. Nur hier brauchst du ja eine Hülle, ich sage mal eine, nicht nur eine Handvoll, sondern du brauchst ja permanent, permanente Ware als Makler. Du brauchst ja Ware, die Immobilie ist ja wie eine Ware jetzt sozusagen. Und davon brauchst du ja möglichst viel. Und das ist auch wieder so ein Irrglaube von den Leuten, dass du so ein, zwei Objekte, dann ist alles ganz fein. Wenn du aber da bist, bist du immer in der Falle. Warum? Du steckst immer in der fucking Falle, wenn du eben so immer so ein, zwei Objekte hast. Die Falle ist, dass du beim Verkäufer sitzt, kommen wir gleich noch zu, wenn du beim Verkäufer sitzt und der Verkäufer sagt einen Preis und du hast eigentlich eine Bewertung gemacht, die was anderes ist als der Preis, den der Verkäufer haben will und dann kommst du in dieses Verhandeln. Ich verhandle nicht. Ich habe gestern Abend noch bei einem Bauträger gesessen, wo es um 15 Millionen ging in etwa und da ging es auch um das Thema, ja, wie sehen Sie das denn so, Thema Preisnachlässe und so weiter. Ich verhandle nicht über Geld. Da gibt es keine Verhandlung. Das ist der Preis. Das koste ich. Ende des Gesprächs. Ja, aber bei dem Thema sind ja bei vielen schon die Schweißperlen auf der Stern. Absolut, genau. Warum? Weil sie halt müssen. Sie müssen den Auftrag ja irgendwie jetzt einfahren. Weil sie vorher nicht genug Objekte da haben. Genau, weil sie Druck haben. Weil sie Druck haben. Das ist der einzige Grund für den ganzen Scheiß. Das ist der einzige Grund, weil sie einfach Druck haben, bis der Arzt kommt. Ja, rote Ohren, nasse Augen und Schweißperlen auf der Stirn. Das ist immer das Ding. Und ich meine, ich täusche mich glaube ich nicht, das ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man den zum Wunschpreis einkauft. Absolut. Ja, das Objekt. Nur. Und das ist auch völlig egal, weil schau, wenn ich ja eine Bewertung mache, sagen wir mal jetzt auf 800.000 Euro, das ist meine Bewertung und der Verkäufer sagt, ich will aber 900 haben und ich fange jetzt an, mich auf der Hälfte zu einigen. Was ist denn das? Das ist einfach, ich breche meine Expertise. Ich breche meine Expertise. Meine Expertise sagt, und wenn ich das so sage, dann ist das so. 800.000. Weil dann habe ich mich lange damit beschäftigt, mit diesem Objekt. Aber warum fange ich denn jetzt an zu verhandeln über den Preis? Weil ich weiß doch, wenn ich das jetzt nicht richtig angehe, dann kriege ich drei Wochen, vier Wochen später, wenn das Ding in den Markt geht oder zwei Wochen später, kriege ich da die Probleme, weil ich habe weniger Nachfrage, weil der Preis zu hoch ist. Ja. Da sind wir auch schon eigentlich jetzt im Thema Einkauf. Also warum kaufe ich das dann so ein? Wie begehe ich denn diesen Fehler? Also zwischen Akquise und Einkauf, haben wir jetzt gesagt, begeht man den Fehler, man kauft dann doch zum Wunschpreis des Verkäuferes, obwohl man eine ganz andere Bewertung hat. Wie entsteht das? Also warum entsteht das überhaupt? Also der allererste Punkt ist, dass dem Makler im Prinzip, auch da sind wir wieder beim Thema Entscheidung, sagen wir die Tase, bin ich Auftragssammler? Also möchte ich einfach Aufträge reinholen? Was natürlich im Rahmen von Erfolgsdenken im ersten Schritt, ja der Auftrag ist ja wichtig. Aber die Frage ist ja zu welchen Bedingungen. Also ich muss eine klare Entscheidung treffen. Bin ich Auftragssammler oder will ich Immobilien, also Aufträge machen zu verkaufbaren Kaufpreisen? Vor allem sich mal bewusst machen, was ist denn die Konsequenz aus diesen Aufträgen, die ich sammle? Genau. Die Konsequenz ist, das sind Latenhüter, Punkt. Das sind komplette Latenhüter und die liegen wie Blei. Das macht einfach total keinen Sinn. Also das ist sowas von, also schau, du musst dir vorstellen, so eine gerade Linie. Also sagen wir, wir haben eine gerade, also wir haben A wie Anfang und Z wie Ziel. Und das ist eine ganz gerade Linie. Und ich glaube, das werde ich auch noch in 40 anderen Podcastfolgen erklären, dieses Thema. Und der Punkt ist, diese gerade Linie ist korrekt, gute Akquise gemacht, korrekt eingekauft und bombenmäßig verkauft. Das ist die gerade Linie. Also von A nach Z. Und in dem Moment, wo der Makler jetzt anfängt, zum Beispiel bei der Akquise, Qualifizierung, Kontakt kommt rein und ich fange an so, ja, da komme ich mal vorbei. Anstatt mal zu fragen, will, kann, jetzt. Will, kann, jetzt. Das ist wichtig. Also will, er kann und er will jetzt verkaufen. So, das ist mal das erste Wichtigste. Da werden ja alle schon schwach, weil sie es gar nicht erst machen. So, dann sitze ich bei einem Gespräch und dann sagt der Verkäufer, ja, ja, wir machen das schon hier, komm, ich zeige dir mal die Immobilie. Also man führt schon gar nicht das Gespräch, sondern man wird geführt. Geht schon weiter. So, das heißt, ich komme jetzt eigentlich von A nicht, bin ich auf der geraden Linie, sondern es gehe ich von A nach D hier irgendwo runter und dann mal wieder da rum und da rum. Also das heißt, es wird ein heilloses Durcheinander. Jedes Gespräch ist anders als das andere. Kein System, kein Prozess, keine gerade Linie und deshalb auch keine geraden Ergebnisse. Ja, und keine planbaren Umsätze. Genau, und das ist auch der Hauptgrund, warum eben 80 Prozent der Immobilienmakler da draußen ein permanentes Auf und Ab in ihrem Business haben. Und that's it. Und die Konsequenz, über die man geredet hat, ist ja auch oft, vielleicht ist das vielen gar nicht bewusst, ist ja nicht nur, dass man jetzt hier Marketingkosten hat von 10.000 Euro, die man aufgeschoben hat, sondern auch im Endeffekt schlechte Bewertungen, schlechter Ruf, das kommt ja alles mit einher. Ja klar, natürlich. Also das ist eigentlich eine permanente Katze, die sich in den Schwanz beißt. Aber bleiben wir jetzt mal, also klare Entscheidung, das heißt, ich hole keine Objekte zu Wunschpreisen rein. Damit fängt das schon an. Das ist der erste wichtige Punkt. Ein zweiter, also ganz entscheidender Punkt, ist zu verstehen, wie kommen denn überhaupt Verkäufer zu diesen Wunschpreisen? Und da muss ich jetzt mal an der Stelle ein bisschen spoilern, weil wir haben halt wirklich ein gnadenlos raketenmäßiges Einkaufssystem entwickelt. Das heißt auch Einkauf mit System. Da gibt es ein Coaching-Programm dazu und das ist einfach geil. Jeder, der das umsetzt, holt Objekte wirklich am Fließband rein, verkauft die dann. Das ist einfach, die Ergebnisse sind outstanding. Ich habe es live mitbekommen auch. Bei Kunden, die es angewendet haben, wie du es auch aufgenommen hast, das habe ich alles mitbekommen. Das ist einfach krass. Nur mal kurzer Spoiler an der Stelle. Wer das also einhält, der lernt auch, wirklich zu verstehen, wie ticken die Verkäufer. Und hier muss man vielleicht auch mal ganz kurz erklären, dass ich über die letzten, ja über 30 Jahre, das wirklich studiert habe. Ich habe das Verhalten von Verkäufern im Immobilien, Käufer und Verkäufer, ich habe das wirklich auseinandergenommen bis ins letzte Detail. Warum, weshalb, wieso. Ich habe Gespräche analysiert, ich habe mir das angeguckt, ich sage, warum sagt er das? Was ist da der Hintergrund? Was war da die falsche Information, die der Verkäufer im Kopf hat? Man kann also einfach vereinfacht sagen, der Verkäufer hat einfach falsche, grundlegende Informationen und dadurch kommt er zu einer falschen Einstellung und dazu kommt er zu falschen Ergebnissen. Egal, wo er die Informationen hat, sie sind auf jeden Fall falsch und nicht wie, wenn man sich als Expertenmakler bezeichnet, nicht auf gleicher Ebene. Genau. Und jetzt ist das natürlich ein Problem, wenn ich dir jetzt sage, pass mal auf, du bist doof, du bist falsch, sondern ich muss dich da hinführen. Und dafür braucht es natürlich ein cleveres System und eine gute Strategie. Also das heißt, im Endeffekt, man weiß nicht, was wirklich die Hintergründe sind. und weil man das nicht weiß und weil man das auch gar nicht wirklich verstanden hat, sondern eher da sitzt, wie kann man denn eigentlich so blöd sein? So, das ist ja eher die Einstellung, man versteht es nicht und sagt, boah, das verstehe ich nicht, der ist ja doof. Resignation, naja. Und deshalb sucht man eine Lösung. Und die Lösung ist, hole ich doch den Auftrag erstmal rein zum Wunschpreis des Verkäufers. Also ich will damit auch allen da draußen, Leute, wir haben euch alle ausgecheckt. Also die ganzen Makler, die so arbeiten, das ist eine ganz einfache, ganz einfache, ganz simple Lösungsstrategie für ein Problem, was du niemals lösen wirst. Ganz einfach. Du hast eine Lösungsstrategie entwickelt für eine Challenge, die du nicht lösen kannst, weil du nicht weißt, wie es geht. Also, wie wir Menschen halt nun mal sind, suchen wir eine einfache, gelbe Zettellösung. So, patsch, klebt, hält. Und überlassen es unserem Zukunfts-Ich, das zu lösen. Ja, oder, nee, wir verschieben ja eigentlich das Problem. Ja, ja, aber wir denken, unser Zukunfts-Ich wird das schon lösen können. Ja, ich kann ja später mit dem Preis und hin und her. Das, nee, das, also, nee, wirklich, nein, nein, das wird verschoben auf den Verkauf. Das wird sich schon irgendwie richten. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja. Wir können es ja mal probieren. Das sind dann so die Standard-Tekste. Standard-Tekste, ja. Und jetzt passiert Folgendes, das klappt nicht. Und dann geht man davon aus, dass das Ding Schritt für Schritt runter geht. Und das ist so eine bananemäßige Strategie, die ist so dumm, die ist so dumm im Quadrat, weil man sagt eigentlich dem Verkäufer, du verheizt deine Immobilie und eigentlich weiß das jeder halbwegs vernünftige Makler, dass das ein Verbrennen einer Immobilie ist, aber trotzdem machen es alle. Eigentlich unverantwortungslos. Das ist eigentlich so Gebrauchtwagenhandelverkauf. Genau dasselbe. Und warum? Weil man nicht die Strategie beherrscht, wie man den Verkäufer an der richtigen Stelle, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt davon überzeugt, direkt mit dem richtigen Wert zu starten. Und am Ende trotzdem mehr zu kriegen, als er eigentlich erwartet. Ja. Das ist eigentlich das Ding. Das ist die Magie. Damit können wir den Einkauf schon, also das ist erstmal so, das sind die wirklichen Kernprobleme. Also mangelnde Kompetenz in der Bewertung und das wirklich all over. Also ich würde fast behaupten, dass ich, ich will mich jetzt auch nicht größer machen, als ich bin, aber ich glaube, also ich brauche drei Minuten, noch nicht mal drei Minuten, um jede Bewertung auseinanderzunehmen. In kürzester Zeit. Auf Fehler oder sonst irgendwas. Und auch diese Tools, die da im Markt sind, sind nicht die Lösung. Die sind ein Teil der Lösung, keine Frage. Aber die Tools, die im Markt sind, das einzelne Tool ist nicht die Lösung. Das kann man auch ganz klar sagen. Also ich nehme ein Tool, da wirft mir irgendeinen Wert raus, auf der Basis von Angebotswerten, und dann laufe ich zum Kunden raus und sage, guck mal hier, ganz toll. Das ist ja, deine Lösung sagt ja immer, man muss auch eigene Kompetenz haben und nicht hier ein Tool reinhalten. also nochmal, es ist Teil der Lösung, aber das ist nicht die Lösung. Ich denke, die Leute da draußen, ich hoffe, es ist angekommen, es ist nicht die Lösung. Genau, das wäre mal zum Thema Einkauf, mal so ein paar Nuggets, damit man so ein bisschen, also man muss wirklich seine Einstellung verändern, braucht eine funktionierende Arbeitsweise, ich nenne das mal Methode, die man umsetzen muss, um immer gleichbleibend gute Ergebnisse zu erzeugen und vor allen Dingen auch eine Sache, man muss, man hat eigentlich zwei Rollen im Einkauf. Einmal den Analysten, also der wirklich Bewertung macht und nicht der Makler, weil der immer mit einem Bein schon mal wieder beim Wunschpreis des Verkäufers ist, um den Auftrag zu kriegen. Einmal den Konflikt. Und den Konflikt hat, genau. Und dann die zweite Rolle ist halt der Makler, der muss dann die Strategie und so weiter entwickeln. Und jetzt Akquise, Einkauf, Verkauf. Wenn man ja jetzt schon im Vorfeld das richtig gemacht hat, werden ja wahrscheinlich die meisten Probleme im Verkauf schon gar nicht mehr auftreten. Korrekt. Aber was sind dann trotzdem Fehler im Verkauf, die noch gemacht werden können? Selbst wenn ich es vorher korrekt gemacht habe, wie kann ich das dann noch versemmeln? Naja, ich sage mal, auch hier wieder ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch wieder eine Entscheidung zu treffen, wie will ich denn Menschen von mir überzeugen als Makler? Weil die Käufer, die Kaufinteressenten sind die, die das Image des Maklers gut oder schlecht machen. Das ist eigentlich das Ding. Die Käufer sind es, die den Ruf versauen. Wieso? Weil du hast auf eine Immobilie einen Verkäufer, aber du hast das x-fache davon an Käufern oder Kaufinteressenten. Sagen wir mal, wenn es einigermaßen gut läuft, 30, 40 oder vor der Zinswense, waren es ja auch teilweise 150, 200 Anfragen, die man hatte. Unsere Kunden haben die immer noch, wenn sie gut arbeiten. Und das tun die auch. Nicht bei jedem Objekt, aber schon bei vielen Objekten. Das heißt im Endeffekt also viel mehr Verbreitungsgrad, also viel mehr Wahrscheinlichkeit, schlechtes Image, schlechte Arbeit, schlechte Dienstleistung zu kommunizieren. Weil es ist ja logisch, wenn 100 Leute sagen, der Makler Wendelin ist scheiße, dann ist das was anderes, als wenn einer darüber erzählt oder zwei. Richtig. Also das heißt, das ist schon ein Riesending. Das heißt, man muss hier sehr, sehr gute Dienstleistung erbringen. Und bei uns ist das so, dass gerade schon bei der Besichtigung oder noch früher, wenn die Leute das Exposé öffnen, schon diesen Wow-Faktor, diesen Wow-Effekt haben. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. So, und das ist der, aus meiner Sicht, ganz entscheidende Punkt, dass du, da kannst du wirklich zeigen, ob du anders als andere bist. Also, wenn du nämlich jetzt das CRM-Exposé hast und es gibt ja nicht so viele CRM-Programme, es gibt einige, aber so viele gibt es ja auch jetzt nicht spezifisch für Makler. Und wenn jetzt zehn Makler ein und dasselbe Exposé haben und der Kunde sieht immer wieder dasselbe und bei Exposés, oh, da gibt es schon einen Heidenspaß, also da gibt es schon ganz, ganz fantastisch tolle, tolle Sachen, die man sich da so anschauen kann. Also toll im negativen Sinne. Sehr hübscher. Sehr, sehr hübsch, von den Bildern angefangen und so weiter. Und das ist schon outstanding krass. Also da wird einem schon übel. Und das ordentlich zu machen und zwar unvergleichbar oder unvergleichlich zu machen und schon eine ganz, ganz deutliche Schippe draufzulegen, damit kann man viele Kaufinteressenten unheimlich begeistern. Also der erste Touchpoint ist Exposé, sagst du schon. Das ist der allerwichtigste, der erste, wichtigste Punkt. Dann Objektunterlagen, Aufbereitung der Unterlagen, ist alles da oder ist das lückenhaft, ist das fehlerhaft? Die Kommunikationslinie dann zum Kaufinteressenten, Besichtigung. Also das ist auch ein aufeinander aufbauender, super professioneller, exakt aneinandergereiter Prozess. Der muss wirklich ablaufen wie Maschinengewehr. Und das in höchster Qualität. Und das ist sehr, sehr sexy. Wenn das jemand mitbekommt, das ist halt so ungefähr der Unterschied, wenn du zum Aldi gehst, was ich jetzt nicht verteufeln will. Also nur das Beispiel. Schon mal. Oder du gehst in so einen Dior-Laden. Oder Edeka, könnte man jetzt mal vergleichen. Vielleicht um ein bisschen hier Werbung zu machen, ohne dass wir davon bezahlt werden. Aber du siehst einfach, das ist schon ein Unterschied. Und so ist das genauso, wenn du jetzt in einen Klamottenladen gehst, der halt eben so, ich sag mal, günstige Kleidung hat. Oder du gehst halt eben schon wieder zu Dior oder zu einer anderen Luxus-Brand. Kaufhäuser ist das ähnlich. Und so zeigst du ja den Leuten da draußen, was tust du für sie. Und das spricht sich rum. Und dann habe ich doch auch den Vorteil als Makler oder nicht, wenn ich dann sagen kann, der Käufer hat doch nicht gemuckt, dass er jetzt irgendwie noch 3,57% oder was weiß ich Provision zahlen muss. Das war gar kein Thema. Das ist ja auch so ein Ding, wo sich Käufer mal die Frage stellen. Definitiv auch ein ganz wichtiges Thema. Wobei beim Thema Provision, das ist eigentlich schon wieder eine Folge für sich alleine. Da gibt es auch verschiedene Strategien, muss man klar sagen. Aber der Punkt ist doch klar, schon mal, wenn der Austausch nicht stimmt. Also wenn einer, weißt du mir, beim Besichtigungstermin, der hat keine Ahnung und der kann nicht vernünftig erklären, was Sache ist. Die Unterlagen stimmen nicht und all das passt von vorne bis hinten nicht. Das ist doch logisch, dass der misslaunig ist. Der hat der Käufer keinen Bock. Genau. Und wenn der aber sieht, der reißt sich echt ein Bein aus, dann kriegt das schon eine ganz, ganz andere Balance, das ganze Spiel. Und ich glaube, damit können wir das vielleicht an der Stelle auch, vielleicht für heute sogar schließen, ist doch eine ganz entscheidende Frage. Und die Frage sollte sich jeder Makler da draußen mal stellen, ist, wie viel Prozent unter den Kaufinteressenten sind potenzielle Verkäufer? Und das ist eine sehr spannende Frage. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die wir natürlich in unserem Coaching beantworten. Aber die Frage ist, wie knackst du die Nuss? Also wie kann es passieren, dass zum Beispiel ein Kunde von uns, der Patrick, also zum Beispiel einer, nicht nur einer, dass der bei jedem Verkauf mindestens einen neuen Auftrag holt. So, und das ist natürlich schon smart, wenn du, sagen wir mal, also 25 plus 25. Also du machst 25 und du holst nochmal 25 rein. So, das ist doch ein toller, ein toller Mehrwert und ein tolles Akquise-Instrument im Prinzip, weil, den gibt es auch schon viele Jahre, den Spruch, und den finde ich auch ganz gut, dass jede Verkaufsaktivität auch eine Akquiseaktivität ist. Und so beginnt der Cycle dann wieder. Und dann, und das ist wieder das Thema, bau dir coole, coole, rund laufende Fließbänder auf, die einfach wirklich funktionieren und dann kriegst du Sicherheit in dein Business rein. Und wenn du Sicherheit in dein Business rein kriegst, ja, dann hast du auch die Ressource Geld. Und wenn du Geld hast, dann kannst du wieder schön weiter anfeuern das Ganze. Und je mehr du feuern kannst, je mehr coolen Scheiß du machen kannst, umso bekannter wirst du und das ist dann genau die Nummer, wo die Leute dann sagen, ja, Geld kommt zu Geld oder Erfolg kommt zu Erfolg. Das hat auch ein System, warum das so ist. Weil Menschen, die Geld haben, entweder in erfolgreiche Firma führen, in ihre Firma investieren und deshalb wird die Firma erfolgreicher. Oder sie legen ihr Geld an und das Geld bekommt kleine Kinder, also Zinsen. Und deshalb kommt Geld zu Geld. Das ist eigentlich überhaupt gar keine Raketenwissenschaft. Nur wenn du natürlich so rotzeblöd bist und Geld nicht anlegst oder Geld nicht investierst oder keine Firma aufbaust, ja, dann bist du halt immer einer, der draußen steht und sagt immerhin der andere, da geht ja bei irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Das finde ich ein gutes Schlusswort. So einfach. In diesem Sinne.